Die Wahrheit ist gut und seine Gnade gehört niemals auf und wir hätten gerne, dass ihr heute ganz entspannt seid, denn ihr wisst ja, dass der Heilige Geist an diesem Ort ist. Glaubt ihr das? Ich möchte euch sitzen und, wenn ihr das könnt, vielleicht könnt ihr euch bequem hinsetzen, aber bevor ihr das tut, dann legt mal eine Hand auf deinen Bauch und ihr denkt, was soll das denn jetzt? Das ist ein prophetischer Akt, denn manchmal, wenn du etwas sagst, wenn du danach handelst, dann wird es das Gleiche, das heißt also, wenn du eine Hand auf den Bauch legst und eine an deinem Kopf und du dann meditierst, darüber nachdenkst, dass du sagst, ich lebe nicht auf der Grundlage meiner Gefühle, sondern in dem, was der Heilige Geist will und auch nicht gemäß dem, was mein Kopf mir sagt, nicht das, was du fühlst, aber das, was dein Geist dir sagt. Und dann musst du, wenn du das tust, dann musst du das auch mit Überzeugung machen. Ich möchte euch, dass ihr euch bewusst macht, was ist los in meinem Inneren und in meinem Kopf. Denn das ist nicht das Gleiche. Lasst uns das jetzt mal kurz machen noch, noch zwei Minuten. Deine Hand auf den Kopf und dir mal bewusst machst, was ist in meinem Kopf los? und eine Hand auf deinen Bauch und was ist in deinem Inneren, in deinem Geist los? Denn ihr wisst ja, dass wir in Gottes Gegenwart sind. Wir sind in seiner Gegenwart. Er ist hier und er lebt in dir. Nimm dir also Zeit, einmal in die Tiefe zu gehen. Er ist hier. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Gepriesen sei der Herr. Der Herr ist gut und seine Güte endet niemals. Gepriesen sei der Herr. Gott hätte gerne, dass du lebst aus deinem Geist heraus, nicht aus deinem Kopf. Er möchte, dass du aus deinem Geist heraus lebst, nicht aus deinem Kopf. Und das ist das schwierigste, überhaupt. Aber es ist auch das leichteste zu tun, dass du aus deinem Geist heraus lebst. Halleluja. Und deshalb musst du das immer wieder einüben. Du musst es sehr, 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 sehr oft üben. Das ist so wichtig. Halleluja. Wie triffst du deine Entscheidungen? Wie triffst du deine Entscheidungen? Wie kannst du feststellen, ob das, was du tust, das Richtige ist? Wenn du irgendwo hingehst, woher weißt du, dass das der richtige Ort ist, wo du bist? Wenn du ein Geschäft führst, wie kannst du denn feststellen, dass genau das jetzt als nächstes dran ist? Das ist das Wichtigste im Leben. Deswegen sind so viele Menschen frustriert, krank. Ich wünschte mir, dass ich das schon früher gewusst hätte. Ich hätte mir sehr viel Schmerzen ersparen können. Denn Gott ist gut. Er ist der allmächtige Gott. Aber er möchte dich führen und leiten. Wir tun so viel, das uns Schmerzen zufügt und Frustration und Krankheit. Denn wir machen uns nicht bewusst, dass wir nicht nur aus einem Körper bestehen. Wir sind mehr als Körper. Du musst lernen, vom Heiligen Geist geleitet zu sein. Du musst es lernen. Wie viele von euch, während ihr betet, oder während ihr mit Gott Gemeinschaft habt, feststellt, dass es so etwas wie ein Lachen in eurem Inneren gibt. Nicht, weil jemand euch lustig war und euch dazu gebracht hat. das Gefühl zu lachen. Oder manchmal hast du diesen unaussprechlichen Frieden in dir. Habt ihr das schon mal erlebt? Habt ihr das schon mal erlebt? Wenn ihr das schon mal erlebt habt, schon vorher mal erlebt habt, dann sagt euch euer Geist etwas. Er sagt euch etwas. Bist ihr? Und das ist genau das, was sehr viele Christen nicht wissen. Wenn du von neuem geboren bist, dann bist du in deinem Geist von neuem geboren. Nicht deine Nase. Du siehst noch immer gleich aus. Aber in deinem Geist ist etwas geschehen. Und je mehr du in Gottes Wort wächst, desto stärker wird dein Geist. Und du kannst von deinem Geist geleitet werden. Also wo immer du auch hingehst, alles was du hörst, alles was du hörst, das hörst du mit deinem Geist. Wenn du zum Arzt gehst, und er dir sagt, dir viel, viel negativ ist, dann hörst du mit deinem Geist. Du hörst nicht mit deinem Kopf. Denn das, was er sagt, ist vielleicht nicht die Wahrheit. Ja, das stimmt. Aber wenn du schon im Voraus meditiert hast, über etwas. Über etwas. Und wenn du darüber redest, und du glaubst das auch, dann denkst du, das ist von Gott. Wenn du etwas geplant hast, du redest darüber, du denkst darüber nach, dann denkst du, das ist wahrscheinlich von Gott. Deswegen müsst ihr wachsen im Wort Gottes. Sehr, sehr wichtig. Denn das wird euch sehr viel Schmerzen ersparen. Besonders in deiner Ehe, in deiner Arbeitsstelle. denn Gott kann dich leiten. Wirklich. Jeden einzelnen von euch. Dann weißt du, okay, da soll ich hingehen. Und du weißt auch genau, was du sagen sollst, zur rechten Zeit. Es gibt Zeiten, da sagt Gott dir, geh jetzt mal schlafen. Aber du gehst nicht, weil du denkst, ich habe viel zu viel zu tun. Manchmal sagt dein Geist dir, rede heute mal nicht so viel. Aber du hörst nicht. Habt ihr das schon mal erlebt? Aber du weißt, in deinem Geist, entspann dich mal. Sei mal lieber ein bisschen ruhig jetzt. Aber du hörst nicht drauf. Weil du dein Geist nicht trainiert hast. Aber das ist genau die Art von Leben, von der Gott möchte, dass du so lebst. Das ist der Schlüssel. Halleluja. Das ist der Schlüssel. Wenn Gott dir sagt, bete jetzt. Du spürst das. Oh, ich sollte jetzt mal mit Gott sprechen. Ich sollte einfach mal sagen, Gott, ich preise dich, ich danke dir. Aber du tust es nicht. Deine Lippen sind schwer, weil du dein Geist nicht trainiert hast, aktiv zu sein. Siehst du? Du bist an einem sicheren Ort angekommen. Du bist an einem sicheren Ort angekommen. Einem Ort, wo Gott ist. Denn du bist jetzt ein Kind Gottes. Du bist von neuem geboren. Das ist deine Realität. Gott ist dein Vater. Er ist mit dir verbunden. Von Gottes Sichtweise her, hast du gar kein Problem. Er möchte, dass du zulässt, dass er dich durch dein Leben führen kann, damit du erfolgreich bist. Wenn andere schreien und Schmerzen haben und weinen, dann geht es dir gut. Weil du weißt, Gott ist mit mir. Aber wir sind uns dessen nicht bewusst. Wir sind Christen, aber wir leben noch immer mit unserem Kopf. Nein. Du musst lernen, ein authentisches christliches Leben zu leben. Halleluja. Und deswegen hatte ich gesagt, macht mal eine Hand hier hin und eine hier hin, damit ihr euch diesen Unterschied mal bewusst macht. Damit ihr mal feststellt, da gibt es einen Unterschied. Halleluja. 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 Ich würde euch gerne eine Schriftstelle zeigen, bevor wir Gott anbeten. Wir gehen jetzt in den Kolosserbrief, Kapitel 3, 15. Gott hätte gerne, dass Frieden dich lenkt. Nicht Druck. Gott 3, 15. Kolosser 3, 15. Können wir das zusammen lesen? Kolosser 3, 15. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Er sagt euch, lasst den Frieden Gottes euch regieren. Euer Herz Euer Herz Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Lasst den Frieden Gottes in eurem Herzen regieren. Habt ihr festgestellt? Er sagt, der Friede Gottes. Nicht menschlicher Friede. Nicht weltlicher Friede. Sondern der Friede Gottes. Dass der Friede Gottes dich regiert. Dein Herz regiert. Wir lesen jetzt noch 16 zusammen. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. In aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander. Und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistischen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Das ist so mächtig. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. In aller Weisheit. Lasst das Wort des Christus wohnen. Lasst das Wort Gottes in dir lebendig werden. Er sagt euch, dieses Wort muss lebendig werden. Halleluja. Dieses Wort muss lebendig werden. Du kannst das Wort zwar hören, aber es hat keine Wirkung auf dich. Es ist nicht aktiv in dir. Das Wort Gottes muss in dir wohnen. Das muss in dir lebendig werden. Denn das Wort, das in dir lebendig ist, ist genau das Wort, was in dir wirksam ist. Wenn die Bibel sagt, durch seine Wunden wurdest du geheilt. Wenn dieses Wort in dir lebendig wird, dann siehst du, dass dein Körper dementsprechend etwas erwidern wird. Wir predigen zu vielen Menschen über die Errettung in Jesus. Aber einige verstehen uns überhaupt nicht. Aber einige, dieses Wort wird in ihnen lebendig. Dann kamen sie nach vorne und haben die Errettung angenommen. Denn dieses Wort, was sie hörten, wurde in ihnen lebendig. Das Wort muss in dir wohnen. Gepriesen seine Hand. Gepriesen seine Hand. Habt ihr denn was gelernt heute? Halleluja. 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 Es ist die Schatten tief in mir, die Nacht bezwungen, der Sieg errungen, Jesus, meine Hoffnung ist. Halleluja, ein Sieg, der mir Freiheit gab, Halleluja, er besiegte Tod und Kraft. Alle Gründe sind gesprengt, von dem Gott, der Rettung bringt, Jesus war die Hoffnung.